In diesem Video möchten wir uns einmal mit dem Thema Datentypen befassen. Je nachdem, was für einen Wert man berechnen möchte, benötigt man unterschiedliche Datentypen, damit das Ergebnis auch stimmt. Und wir wollen uns einmal anschauen, wie man sowas macht. Um das zu tun, klicken wir im Metatrader auf dieses kleine Symbol oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simple Datentypen, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Und jetzt kann alles oberhalb der Ontik-Funktion hier gelöscht werden. Auch die zwei Kommentarzeilen werden entfernt. Und wir fangen mal mit dem einfachsten Datentyp an. Das wäre der Text. In MQL5 ist das eine sogenannte String-Variable. Die bekommt einen Namen, in unserem Fall Text. Und wir weisen hier einen Wert zu. Das ist eine Textkette. Man könnte hier auch zum Beispiel Zahlen schreiben, aber die würden ebenso als Text behandelt und man könnte nicht damit rechnen. Für Zahlen gibt es andere Datentypen. Zum Beispiel den Datentyp Double. Der ist für Fließkommazahlen der richtige Datentyp. Wir möchten in unserem Fall die Balance ermitteln, also das Bruttoguthaben auf unserem Konto. Dazu nutzen wir die Funktion Account Info Double und übergeben ihr hier diese konstante Account-Balance. Man erkennt diese reservierten Konstanten für bestimmte Werte daran, dass sie in roter Farbe und in Großschrift dargestellt werden. Damit wir auch etwas sehen, nutzen wir jetzt den Comment-Befehl und lassen uns den Text gefolgt von der Balance ausgeben. Klicken hier auf Kompilieren. Und wenn das ohne Fehler funktioniert hat, dann klicken wir hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken F4, um in den Metatrader zurückzukehren. Und im Metatrader haben wir im letzten Video gelernt, wie man den Strategietester verwendet. Wir klicken also auf Ansicht Strategietester, wählen hier unser neu erstelltes Programm Simple Datentypen aus und starten unseren Test. Und jetzt wird hier oben der Wert ist, gefolgt von dem ermittelten Wert ausgegeben. Ich habe bewusst in diesem Fall einmal als Kontogröße 100.000 Dollar und 12 Cent eingegeben. Wie man sieht, werden die Nachkommastellen mit ausgegeben. Wir haben schon die Funktion TimeLocal kennengelernt. Die gibt uns den Typ DateTime zurück, um beispielsweise die lokale Zeit zu berechnen. Wenn wir das einmal kompilieren und einen neuen Test starten, dann bekommen wir hier eine Ausgabe in diesem Format. Für ganze Zahlen gibt es den Datentyp Integer oder hier abgekürzt Int. Beispielsweise hat unsere Kontonummer keine Nachkommastellen und darum besorgen wir uns über AccountInfo Integer mit der konstante AccountLogin, einen ganzzahligen Wert für die Kontonummer, kompilieren das hier nochmal, starten einen erneuten Test und diesmal wird hier unsere Kontonummer als ganze Zahl angezeigt. Wenn es darum geht, einen wahren oder einen falschen Wert anzeigen zu lassen, dann nutzt man sogenannte Bolsche Variablen. Die können nur den Wert True für wahr oder false für falsch annehmen. Lassen wir auch das einmal ausgeben. Dann steht jetzt hier auf unserem Chart, der Wert ist True. Wenn Sie einmal mit der F1-Taste die Hilfe aufrufen und nach Datentypen suchen, dann werden Sie diesen Artikel hier finden, der noch weitere Datentypen vorstellt. In diesem Video ging es nur um die gängigsten. Es gibt auch zusammengesetzte Datentypen für Strukturen oder Klassen. Machen Sie doch einfach ein kleines Programm, um herauszufinden, welche anderen Datentypen Sie noch verwenden möchten. Denn in diesem kurzen Video haben Sie gelernt, wie Sie mit Hilfe von unterschiedlichen Datentypen Werte auf Ihrem Chart ausgeben lassen können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5. Und Sie haben das auch ein kleines Programm, um herauszufinden, wie Sie mit Hilfe von unterschiedlichen Datentypen hier in MQL5.